Welche Rolle spielte das Verhältnis der beiden wichtigsten Männer der Sparkasse bei der Affäre um die Beraterverträge? Welche Geschäfte wurden eingefädelt? Die Sparkasse nimmt zu diesem Zeitpunkt große Immobilienprojekte in Angriff. Im Jahr 2003 steht die Umgestaltung des Messegeländes an. Europas größter Privatsender, RTL, soll in den denkmalgeschützten Hallen direkt am Rhein angesiedelt werden. Die Messe benötigt daher neue Ausstellungsflächen. Grundsteinlegung, Feierstimmung bei den Vertretern der Stadt und der Privatinvestoren. Alles, was in der Stadt Rang und Namen hat, ist erschienen. Das Projekt wird als Musterbeispiel für die Zusammenarbeit von Kommune und privaten Geldgebern gefeiert. Der Oppenheim-Esch-Fonds soll die Hallen bauen. Und das sind die schwerreichen Investoren, die sich hier über ihr narrensicheres Geschäft freuen. Der Baulöwe Josef Esch und seine Geschäftspartner vom Bankhaus Oppenheim. Die Sparkasse hatte das Bauprojekt vermittelt. Die gesetzlich vorgeschriebene europaweite Ausschreibung fand nicht statt. In den nächsten 30 Jahren kassieren die Investoren 750 Millionen Euro Miete. Garantiert durch die Stadt. Mit dabei auch die beiden Männer, die jetzt mit den hochdotierten Beraterverträgen der Sparkasse aufgeflogen sind. Der damalige Bürgermeister Josef Müller, seinerzeit Vorsitzender des wichtigen Liegenschaftsausschusses und im Aufsichtsrat der Messe. Professor Bietmann, Verwaltungsrat der Sparkasse, ist auch eingeladen. Der geschäftstüchtige Rechtsanwalt und die GWG tauchen nun auch im Zusammenhang mit dem lukrativen Milliardengeschäft rund um die Messe auf. Der Hintergrund. Die alten denkmalgeschützten Gebäude der Messe sollen zu einem modernen Bürostandort umgebaut werden. Wieder erhält der Oppenheim-Esch-Fonds den Zuschlag für das Projekt. Wieder ist die Sparkasse dabei. Bei der Realisierung des Deals zwischen der Sparkasse und dem Oppenheim-Esch-Fonds wird aber eine Firma zwischengeschaltet, die nicht direkt zum Sparkassenkonzern gehört. Es ist die Projekter GmbH. Was wirklich die eigentliche Arbeitsleistung, ob es überhaupt jemals eine Arbeitsleistung dieser Projekter gab. Soweit man in den Unterlagen drauf gucken kann, aber die Informationen, die wir verfügen, die ja letztlich auch öffentlich geworden sind, gibt sich für mich der Eindruck, dass das im Grunde Briefkastenfirmen waren. Die im Grunde eigentlich dafür sorgen sollten, dass bestimmte Geschäfte und Geschäftsabläufe für die Sparkasse und dessen Vorstand nicht einsichtig waren. Weil das, was innerhalb der Projekte ablief, wurde ja für niemanden offengelegt und musste auch für niemanden offengelegt werden. Eine eigentliche Leistung allein schon von der Größenordnung der Personen, die für die Projekter gearbeitet haben, ist ja nicht erkennbar. Wir bitten die Geschäftsführung der Projekter um ein Interview. Eine Antwort haben wir bis heute nicht erhalten. Sparkassenchef Schröder hatte die Projekter initiiert. Verwaltet wurde die Firma von seinem ehemaligen Steuerberater. 2007 trat Schröder vorzeitig von seinem Amt zurück. Erst nach seinem Ausscheiden wurde bekannt, dass die Briefkastenfirma Projekter auch geschäftliche Beziehungen zur GWG unterhielt. Die beim Rhein-Hallengeschäft zwischengeschaltete Projekter schloss im Jahr 2004 einen hochdotierten Vertrag. Mit der GWG. Die kleine Firma aus der thüringischen Provinz kassierte mehr als 500.000 Euro. Völlig unklar bislang ist, welche Leistungen die GWG hierfür erbracht haben will. Denn sie ist zu diesem Zeitpunkt schon in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Verluste von sage und schreibe 9,6 Millionen Euro belasten ihre Bilanzen. Was steckt hinter dem ominösen Vertrag mit der heruntergewirtschafteten GWG? Und warum wurde er nicht direkt mit der Sparkasse abgeschlossen? Gut zwei Wochen bevor die GWG von der Projekter Geld erhält, bekommt sie von der Stadtsparkasse Köln sogar noch einen Kredit in Höhe von 840.000 Euro. Welche Sicherheiten konnte die Firma dafür bieten? Der einzige größere Vermögenswert der GWG war dieses Grundstück in Ruhsitz bei Gera. Der Insolvenzverwalter versucht es seit Jahren zu verwerten. Erfolglos. Rein praktisch ist dieses Grundstück nahezu unverwertbar. Also es gibt mehrfach Interessenten für kleinere Flächen, wobei die Kaufpreisangebote da in dem Bereich der wenigen 10.000 Euro liegen. Also nach dem derzeitigen Verhandlungsstand gehe ich davon aus, dass ein Kaufpreis um 100.000 Euro angeboten werden wird. Ob man dazu zum Ergebnis kommt, zum Abschluss kommt, ist noch unklar. Das Grundstück dürfte als Sicherheit für den 840.000 Euro Kredit wohl nicht ausgereicht haben. Spielten persönliche Kontakte zur Sparkasse die entscheidende Rolle? Also den Namen GWG habe ich im Verwaltungsrat zum ersten Mal gehört. Das war mir vorher überhaupt kein Begriff. Wir haben danach gefragt, dann wurde gesagt, das ist Fleischhandel, das ist Fleischmaß irgendwo im Osten. Und man schreckt sich natürlich die Frage, was hat die Sparkasse damit zu tun? Was soll die Stadt Köln damit zu tun haben? Eigentlich nichts. Und dann, wenn man genauer in die Strukturen sieht, dann sieht man, da gibt es bestimmte Namen, die die Verbindung schaffen. Und in diesem Fall war es eben wieder mal der Name Biedmann. Die renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC PricewaterhouseCoopers ist von der Sparkasse Köln-Bonn mit der Aufklärung der dubiosen Vorgänge rund um das Messegeschäft beauftragt worden. Die Prüfer fanden auch Hinweise auf Geschäftsbeziehungen zwischen Biedmann und der GWG. Im Oktober 2005 war die GWG in erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Sparkasse fürchtete, dass die Kredite teilweise abgeschrieben werden müssten. Daraufhin wurden innerhalb weniger Wochen mehrere Verträge geschlossen. Das stellen die von der Sparkasse beauftragten Prüfer jetzt in ihrem Zwischenbericht fest. Das Problem ist, dass man immer nur gewisse Indizien hat. Und daraus ergibt sich ein Eindruck, inwieweit der jetzt mit der Realität im Einzelnen immer abzugleichen ist, muss ich noch zeigen. Aber ganz klar ist, dass es doch offenbar ein Netzwerk gibt, das von außen nicht zu durchschauend sein sollte. Es gibt praktisch mannigfaltige Geschäftsbeziehungen zwischen Ben Biedmann, Herrn Schröder, Briefkastenfirmen und kleineren Firmen, die eigentlich von ihrem Thema her, was sie eigentlich bearbeiten, nichts miteinander zu tun haben. Und das dient ja offenbar dazu, Geldflüsse zu verschleiern. Und im Grunde ist eben das Problem, diese Geldflüsse, die verschleiert werden, werden am Ende immer von der Sparkasse offensichtlich bezahlt. Eine Bewertung des Verwaltungsrats Thomas Schmidt, der das Gutachten der Wirtschaftsprüfer von Price Waterhouse Coopers kennt. PWC stellt fest, dass zunächst Rechtsanwalt Biedmann Schulden der GWG bei der Sparkasse in Höhe von 1,4 Millionen Euro übernommen habe. Warum? Wenn er sich doch bereits 1996 von der GWG getrennt haben will. Biedmann selbst verweist auf angebliche alte Verbindlichkeiten. Später bestreitet er, diese Schulden übernommen zu haben. Am 14. Dezember 2005 wurde Biedmann bei der Sparkasse vorstellig, um einen Vergleich auszuhandeln. Er soll laut Gutachten einen zinslosen Kredit in Höhe von einer Million Euro erhalten haben. Den Rest der Forderung in Höhe von 400.000 Euro habe die Sparkasse abgeschrieben. Eine Woche später.